Wie macht man es, der Verlierer kippt ab oder wie? Die Verlierer? Was? Keine Ahnung. Was? Alle drei Runden wechseln? Die Einzige? Ja, würde ich auch sogar. Haben wir ja so auch immer gemacht. Immer im Wechsel. Ja. Es gibt ja gerade super Tipps. Ah, okay, ich lese mir die Tipps durch, damit ich weiß, wie ich gegen dich vorgehen muss. Vielleicht. Alles nur um zu überleben. Ich habe keine Idee. Idee. Ich probiere mal, dass es nur aussieht. Sprech deutlich. Oh, genau. Oh, mit Zwiebeln. Springen. Du wärst jetzt ein Killer eigentlich. Ich? Aber immer noch. Ja, alle drei Runden, oder? Ach so, ja. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut. Okay. Doch, Matthias, bin ich. Da habe ich mir ja einen Zwiebeln. Superkiller ausgesucht. Ein Superkiller. Du bist ja mit Verrückten zusammen. Was? Say what? Say what? Ich sage, hey. Hey. Egal. Kann ja nur schlimm werden, Martin. Ja, das haben wir ja... Lautschwurmflur macht genau dasselbe wie letzte Runde. Sterben? Damit ich wieder abhauen kann. Alles klar. Wild schreiend auf den Sachsen zurennt. Gell, Markus? Ich glaube, das war die Taktik. Ja, richtig. Genau. Er war eigentlich der Erste, der draufgegangen ist. Also... Ich? Ne, den ich als Erstes erwischt habe. Nein, das war der Markus. Mach gleich. Der stand da so. Das macht nur. Mach direkt einen Shoutout und sag, ich glaube ja, Schillox ist der Killer. Ah ne, das ist ja wieder ein anderes Spiel. Irgendwann haben wir es. Eben. Uno! Dos. Dos Dres. Dos? Ach Gott, arbeitet jemand noch mit Dos? Eieieiei. Alter Qual. Alter Qual. Ja. Oh, was eine Sch... Ey, alter Schwede, was eine wunderschöne Taschenlampe ich hab. Ja, das ist total hell, du. Ich muss aber sagen, ich hatte vorhin nur Glück, weil ich die Karte gefunden hab. Sonst wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Wie sind wir denn jetzt eigentlich? Hier ist ja mal hell. Zur Abwechslung. Ah! Also, wir sind im Dorf gelandet bei Resia. Oh. Kommt dann durch die Alte. Ja, da kommt die Hexe. Ding, da kommt die Hexe. Ding, da kommt die Hexe. Hilfe! Schillox, lass uns doch drüber reden! Lass uns doch drüber reden! Du bist vernunftbegabt, ich weiß es! Das willst du doch alles gar nicht! Das heißt, das ist ein Ernst. So ein Tipp, wenn du um Sachen rennst, kannst du ein bisschen auskremsen. Verdammt! Ah! Das ist Mopping, was du hier machst! Schiebung! Ich werde belästigt! Scheiße! Mann, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich werde unsichtlich berührt! Ich habe keine Krankenversicherung! Gehen Sie weg! Ich kann mich nicht konzentrieren, ey! Ich bin privat versichert! Nehmen Sie mich ab! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Oh, jetzt sind das lauter! Lass jetzt! Hilfe! Hilfe! Nein, 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 nein! Ich kann... Oh man, ich kann wieder... Hilfe! 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 Du hast dich vom Haken! Du Schelm, du! Hilfe! Was ist Schilfe? Ja, Hilfe! Ich werde verfolgt! Wie heißt das Tauberwort? Ich bin ein Farmer! Ich lebe auf dem Land und lege die Kühe! Ich habe keine Frau! Oh! 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 Matthias, ich bin ein Freigeist! Deswegen laufe ich auch über freies Gelände! Wie zu mir! Oh! Seid ihr verrückt! Oh! Ja, ist sehr heimlich hier, muss ich sagen! Wunderschön! Was machst du da? Heimlich! 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 Wie machen wir das so gespannt? Das ist ganz angeschmissen! Das ist ganz angeschmissen! Das kann nicht! Das kann nicht! Ich stream gerade! Ich weiß, jetzt sieht das locker, aber gut! Du, man muss ja nicht sehen, wo die Hände sind! Lebt da echt der Floh noch? Nein! Ja! Na ja! Lebt den der Alte! Ja! Ja! Ei! Ey, sag mal Floh! Ja? Hast du ein Point, dass du schneller stirbst oder was? Ich war böse gewesen! Richtig böse! Immer wenn sie von Herzklopfen singen, ist das eigentlich positiv! Aber hier... Wolltest du es sagen? Wolltest du es sagen? Das letzte Mal, als ich das hörte, war es bei der Bundeswehr! Das hat dir der Teufel gesagt! Ich hab ein Fenster reingeguckt, während du da reingegangen bist! Du Sack du! Spanner! Alter! Scheiße! Habt du keinen Schlüssel dabei? Das ist schon so mein Liebling, ne? Ich merks gerade hier! Dein Liebling? Oh nein! 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 Ja, ja! So kann er ganz schön anhänglich sein bei dir! Hält mir! I can't! Ahja, dann tust doch! I can't! I cannot! Wenn du kannst, dann tust du doch! I cannot! Ich werde seitlich verdammt! Ich kann gerade nie! Dann sag's doch! Mach ich doch! Ich muss mich konzentrieren! Oh! Oh nein! Lasst euch Zeit! Oh, das ist irgendwie geil! deswegen unterm rock gefilmt so was war das noch mal mobbing geld das kann man irgendwie doch ich bin nur gut wenn ich weggeworfen werde oder was ja ich krieg dann selber ein anschlag verpasst da ist mir das risiko zu groß ja toll ich sag nie mehr gegen irgendjemanden irgendwas hallo das ist wahrscheinlich der tot jetzt mal müssen jetzt der balten kämpfen wir jetzt gegen der balken abgelaufen ist kein druck der thomas ist entkommen der ist entkommen der sack der rennt weg und lässt den markus einfach alleine beim weglaufen ist der sachsen gut merke ich hier ich hab wahrscheinlich ich hab mehr erfahrung im spiel das tut mir leid im flüchten sind die sachsen alle gut ja ich hab mich auch gern geht schlecht rennst du immer weg ok im lautschmarkt gönn ich es wir können es dir nein du hast mich sterben lassen also im umkreis von 32 meter hören wir den schillox gut zu wissen hast du einen pürg nein ich lese nur gerade die tipps die желox kriegt shapes hahaha 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 Das war's für heute.